ich bin inkompetent ich bin inkompetent hier runter zu fallen wäre jetzt richtig scheiße oh ja ja nether startet ne ja ich wollte sie da lassen okay okay machen wir jetzt bitte nichts böses kennst du das ihr gerade noch aus wir können ja mal er konnte wort was raus ja schon aber jetzt wo gehen die teile sonst hin wir müssen mal eine glockschaltung wir müssen mal eine glockschaltung bauen dann da solche teile dran das ist easy boah alter ernsthaft oder das ist ungefähr das gleiche weil es schöner aussieht kuppi dekoriert kannst du ein checkpoint mal aufmachen ne für dich nicht und nippel kein ding oder doch es war so klein es war so klein weißt du nicht mehr diesmal war ich raum ich hab jedes mal angst ich hab jedes mal so ne richtig scheiß angst dass du dich einfach unterstehst dann handle ich natürlich früher ach komm das zieht nicht ach komm das zieht nicht ah ok bist schon drüber das ist das sieht ja geil aus so sieht mein pimmel auch aus so riecht dein pimmel nach kotze ist dein kommentar dazu jaja könnte ich nämlich kotzen so ist es moin oh hey peppy hey peppy mitten in der aufnahme ja ja ihr hängt auch im gammelschat ja das ist schon ok aber stimmt unser fehler ja wenn ihr im gammelschat hier im ts kein problem weißt du wir haben so langweile gerade in der adventure map beziehungsweise weil wir so pros sind äh so ein bisschen äh unterstützung so dialektisch äh stört mich nicht ihr meint ihr könnt euch nicht richtig artikulieren genau genau so ein mongoer da macht er das teil echt ich hoffe für dich dass die map hinten dran nichts erfolgt das ist so witzig was spielt dir denn grad schönes so minecraft adventure jetzt komm mal hoch jetzt komm mal hoch ich habe die munition rausgenommen gefäkelt es gammelt das teil hier rum ne ja habt ihr eigentlich schon dropper gespielt äh ne ich nicht ich kenne es ja kenn auf jeden fall alter das ist mega schwer lass sie mal nicht rollen müsste man eigentlich auch mal in der gruppe machen ja ich habe die gedownert aber ich kann sie nicht hochladen ähm weil das 80 megabytes sind äh megabytes sind zu groß das wird bei mir halt ne halbe stunde dauern oder so ich pack das nicht und äh ich las dann lieber in der uni hoch oder so äh oder jemand anderer lädt es schnell hoch weil er halt äh bei mir zu hause ist die übertragungsrate zu schlecht oh ja ne jetzt startet nether okay dann moment danke dario sagte das geht nicht über steam und jetzt kommt ne meldung dass ich sicher gehen soll dass steam läuft okay ne warte nur ich warte nicht mach die challenge jetzt ja mach ruhig mach ich auch grad wieder aber durch mega schwer ja ich wiss ich komm da nicht auf das erste auf den ersten käfig sag ich mal drauf den ersten käfig okay jetzt hier musst du auch richtig spät alter hier ist ja was drüber du musst seit auf der seite musst du springen also das heißt du musst ähm ja hier kommst du drauf ist kein problem alter das ist ja mega schwer ey das ist jetzt nicht einfach sieht aber echt geil aus ne es sieht echt geil aus aber komm der schwerste teil ist geschafft auf jeden fall jetzt nur nicht aufhören zu springen ah ja ok dann weiter gehts wow das sieht krass aus wie so wo du ganz viele leichen einfach aufhängst so sieht das aus also wie auf dem jahrmarkt ne warte mal hä wir müssen hier vorne hoch boah das ist ja scheiße kannst du den downfall mal togkeln bitte bei mir regnet es nicht hä echt leute echt nicht ne es hat aufgehört ne es hat aufgehört ah jetzt regnet es hä jetzt hab ich ihn getoggelt togkelt 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 danga so nein ok nicht so hä was ist denn mit nether los warum hat es das lied nicht runtergeladen erste frage was ist mit dem oder das zweite frage warum hat das lied nicht runtergeladen alles scheiße mit einer der waren mit den 100 problemen mh echt so ey also es gibt tage da da sprudelst du vor problemen ne da sprudelt es richtig bei mir kann man jetzt auch falsch verstehen ok ja da sprudelt es eigentlich dauerhaft wie so ne quelle ist das süß und sauer hm das ist süß bin durch ist das nicht so schwer die challenge sind viele nippel die nippel sind schwer geht eigentlich guck mal ganz kurz wer mir in skype geschrieben hat ah irgendwas unnützes nein oh bin ich runtergeglitscht alter oh schlecht pffp uuhh uuh ouuh uuhhh oohhh uuhhh oh unnützes oh und schaThey uuhhh �� Okay, muss ich dann nochmal irgendwas fixen. Wichsen muss ich dat! Ich muss Nether erstmal wichsen nachher. Im Nether wichsen? Im Nether muss ich dann mal wichsen. Ich leg grad Nivea auf meine Maus. Ich krieg Nivea! Scheiße. Tja, war wohl nix, he? Hm. Schlechter Boy. Schlechter Boy! Uuuuh! Uuuuh! Bist du schlecht! Uuuuh! Oh, das ist ja ganz schön Danger! Fick dich! Uuuuh! Scheiße man, das hat das Lied nicht runtergeladen. Das kotzt mich grad an, weil ich wüsste jetzt nicht mehr wie das hieß. Du lädst etwa Illegal Musik runter? Ne. Alter, wie weit ich gemelogen bin! Alles auf veganer Basis! Was? Du lädst Musik auf veganer Basis runter? Na klar, Youtube-Converter! Ah, den Namen bestimmt benutze ich auch. Boah, Alter, der ist ganz schön strong, ne? Das heavy meine ich natürlich. Du meinst Peppy damit? Den geilen. Oh. Nein. Weißt du, ich lege auch immer am Spawnpunkt meiner Flagge alle Minen. So richtig scheiße ist das. Ich mein... Oh, ich will Titanfall auch haben. Du schnappst dir die Flagge, wär Mine. Ich irgendwie nicht. Aber ich weiß eben nicht, ob man das so lange spielen kann. Ich weiß nicht. Ich hab's mir jetzt geholt und ich find's bis jetzt noch ziemlich gar nicht. Okay. Doch. Nein! Weil's vielleicht doch jetzt noch relativ einseitig ist. Ich weiß ja nicht. Alter, du! Du! Wuuu! 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 Jetzt mach die Channelförder! Jetzt gibt's Beef, Alter! Jetzt gibt's Beef! Jetzt gibt's Beef! Tja! Nein, okay. Lass das jetzt mal machen, das wird er sonst nicht. Bei dir wird das eh nichts, aber... Ja, es... Soll doch kein Kind werden. Ich bin einfach Level 67, ne? 48. Ich muss aufholen. Das ist ein Vierersprung, der ist mega assi. Ja, den musst du glaub ich auch mit einem Mal machen. Nee, musst du nicht. Den schaffst du nicht. Du kriegst nämlich Damage. Ach so, Alter, wie assi. Stimmt. Boah, Alter. Das Spiel ist auf jeden Fall übelst actionreich, weil... Äh... Du die ganze Zeit hin und herjumpst und alles. Problem ist nur, du hast ja diesen Wall Jump und weiter... Und äh... Musik! Äh, machst die ganze Zeit den Wall Jump und so und... Du gehst zu richtig geilen Move hin. Und mitten im Move wirst du einfach den weggeballert. So dass der Move total... Ungeilbar. Ungeilbar. Naja, der Move war geil, aber er brachte dir halt nichts, weil du danach instant weggeballert wurdest. Kobi? Kleinen Moment. Kobi? Kobi? Was machst du? Weißt du was Kobi grad macht? Kobi? Ne, weiß ich grad nicht. So! Bin wieder da. Hast du geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Gar nicht, dass geteatet wird, sie hat nicht weggemacht. Ich hab's geschafft. Alter... Immer von hinten, die Schweine. Ähm, nach der Challenge musst du dann offline gehen Abendessen. Okay. Und ich muss dann Nether irgendwie zocken. Beziehungsweise erstmal muss ich das wichsen. Ja, im Nether halt. Ich hoffe für dich ja, dass du nicht mehr so oft runterfällst, ne? Das könnte nervig werden. Jaja. Boah, ernsthaft, ey. Das ist so ein Scherz, ne? Was meinst du? Ja, schau was hier macht man, ne? Das freut du halt, freu dich doch mal. Scheiß-Trick. Lass mal ne Zauberbox, ach ne Zauberbox, ne Zaubertisch bauen. Zauberbox. Das ist auch mal eine Erfindung in Mannschaft. Ich find's aber auch immer ganz gut, dass so ne, äh, Roboterstimme dir sagt, so, ja, ähm, wenn du in so'n Titan sitzt, ähm, sie sind 3 zu 1 unterlegen. So, dass du weißt, okay, wahrscheinlich wird dein Titan grad ziemlich abgefuckt. Ehehä. 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 Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ja gut dann, bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Oh Peppi ohne Edel!